ich mache ein foto von euch okay hallo hallo bitte pass auf du hast mein handy herunter gesessen oh entschuldigung ich habe nichts gesehen aber du musst aufpassen hier ist im bahnhof hey hallo ken was ist denn los sie hat mein handy herunter gesessen ach komm wir gehen einen kaffee trinken zur beruhigung ja alles klar